ja hallo hier ist wieder krillo ich heiße euch willkommen zurück zu oxygen not included zur perfekten dlc kolonie so essenstechnisch explodieren wir gerade so ein bisschen was wir da an kalorien herstellen aber ich will mich gar nicht beschweren das war ja lange zeit er gegenteilig aus konnie jetzt er kann also zaubern okay gut ja gut noch mal rechtzeitig befreit so die ist gerade erst gestartet das heißt da konnten wir noch nicht sehen beziehungsweise machen schicke ja das ist nämlich eins der themen wieder kein strahlenschlucker und das noch auf dem auf meiner to-do-liste steht aber diesen schicken overall den wir jetzt kommen haben den können wir doch mal jemanden anziehen das hat niemand probleme mit stress dann würde ich das ding mal julian geben weil der ist ja der ist momentan gar nicht gelandet er ist im weltall und erzeugt gerade 248 oh mein gott das ist viel wir brauchen wir dann noch 250 350 750 das ist zwar viel aber es reicht noch längst nicht wie viel plastik dann lassen wir ihn noch mal ein bisschen ist noch genug essen da ist noch genug sauerstoff da es ist noch nicht zu viel co2 da also alles im grünen bereich wasser für die toilette ist auch noch ausreichend vorhanden so viel kann er glaube ich gar nicht essen bis das alles wieder rauskommt ja ihr werdet euch wahrscheinlich gewundert haben warum das video heute ein bisschen früher kommt also ich nehme das jetzt am tag vorher auf aber da ich am sonntag streamen werde und vielleicht schon früher als sonst werde ich das video wahrscheinlich schon um 10 uhr veröffentlichen ja also nicht wundern darüber das bedeutet nur dass wir heute am sonntag wieder streamen anfangen werden wir nicht mit uni sondern mit planet craft ob wir im laufe des tages dann noch uni spielen kann ich euch noch gar nicht so recht sagen aber das werden wir doch noch feststellen sollte kommt jetzt gleich in reichweite wo er ein wenig untersuchen kann okay wir werfen hier kurz einen blick drauf ob wir hier was machen müssen da kommt gerade kein verschmutztes wasser also weil er hier nach wie vor auf 50 grad steht auch in ordnung die bereiche dürfen sich hoch ruhig aufheizen also so ganz verstehen tue ich das aber noch nicht vielleicht stelle ich das einfach noch mal kurz jetzt denke ich nämlich gerade dran ich stelle es mal kurz auf 40 grad jetzt stellen wir es wieder auf 50 grad und dann beobachten wir mal was hier passiert eigentlich würde ich ja denken dass da sand entsteht wir haben verschmutztes wasser warum denn erde bin ich denn jetzt total auf dem holzweg wenn wir an die da brauchen wir sind und dann wird daraus ok was wir natürlich machen können wir könnten denn die erde hier noch weiter erhitzen lassen auf über 326,9 grad dann würde daraus sand werden das natürlich eine methode die wir machen können aber habe ich irgendwo hier den denkfehler schreibt mir gerne was dazu in die kommentare weil dass ich einen denkfehler habe bin ich mir fast sicher ich weiß nur noch nicht so recht wo und an welcher stelle ja ansonsten lasse ich die hier mal gerade weiter arbeiten wobei wir können jetzt auch hier mal die reste aufwischen und jetzt kommen wir hier her also wie schaut es hier aus da sind wir noch nicht so weit wie ich das gedacht hätte ok ich hätte jetzt vermutet dass wenigstens dass das abreißen erledigt ist können wir noch den rest machen was ist denn hier mit dem rohöl das hier stoppen wir natürlich die sachen für die temperierung von dem ganzen hier das können wir dann noch im nachhinein auch machen das glaube ich erstmal nicht notwendig oder dann wollte ich mal drauf schauen was hier mit dem mit dem wasser jetzt passiert es kommt hier mit minus graden und aber so richtig viel aufheizen tut es auch nicht 1,9 grad ist zu kalt für den also für die pflanzen die brauchen mindestens fünf grad jetzt haben wir hier natürlich eine bestimmte temperatur aber die wird dadurch wie wir das jetzt machen das sieht man ja auch immer weiter absinken kriegen wird das halbwegs gut organisiert wir haben im grunde die größte hitze produktion hier was wir natürlich machen können wir leiten das wasser erst einmal hier durch soll bedeuten wir bauen das hier entlang moment da müssten wir mal hier gerade mit radiator rohren arbeiten ich würde ja fast sagen wenn wir das so machen langt uns das schon so dann kommen wir einmal hier mit dieser leitung ist das ein problem wenn ich die hier ist es nicht der leitung kommen wir einmal damit rein und gehen mit der hier wieder raus schließen das dann da an ja es ist glaube ich einfacher das hier zu ändern also umgekehrt ja immer natürlich hier einmal noch ein paar sachen wieder trennen die verbindung so dann braucht es noch ein paar rohrbrücken da 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 plus hier müssen wir einmal den ziegel zerlegen damit wir hier rein können zum bauen das stimme auch mal auf hoher prio damit das schnell wieder fertig wird und wir da weiter arbeiten können und das hier verzögert sich dann natürlich wieder ein bisschen aber gut weil das hier natürlich auch wieder recht viel aufwand ist wenn man bedenkt dass das hier nur eine temporäre geschichte ist aber die darf trotzdem so gebaut werden dass sie für längere zeit funktioniert gleich sollte es hier weitergehen mit dem erkunden oder gleich sollte es hier weitergehen mit dem erkunden oder das hier zum du 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 Das ist ruhig... Oh, wir haben einen neuen Planeten entdeckt. Das ist ruhig etwas, das jetzt schnell passieren darf. Gasola, okay, das klingt nach vielen Gasen, wenn ich ehrlich bin. Ein Chlorgasschlot, der Weltraum... Ach, das ist der, okay. Der für unsere Kühe. Auch wenn wir noch nicht so weit sind... Wir können ja hier trotzdem schon mal die nächsten Aufträge verteilen. Wenn ich den zerlege, dann kriegen wir da eine Flasche mit dem Inhalt. Es ist nicht so, dass wir dann... dass die Flüssigkeit ausläuft wie bei einem Gastank. Ziemlich sicher ist das so. Da brauchen wir auch noch zwei Ziegel. Was machen wir denn mit den Pakus? Die müssen wir hier ja auch mal rauslassen. Dann könnten die hier runterhüpfen und sich das hier in der Flüssigkeit bequem machen, oder? oder? Wieso liegt hier? Okay, ich habe nichts gesagt. Es ist doch nicht so viel, wie ich zuerst dachte. Warum? Achso. Deswegen. Warum? Achso. Da kann man auch nochmal das Petroleum aufwischen. 167 Grad. Also so langsam sinkt die Temperatur ein bisschen. Ich werde jetzt nochmal das nächste Abisalita ausbuddeln. Aber es ist schon erstaunlich, wie viel Strom wir jetzt hier schon rausgezogen haben, oder? Die Pelle ist ziemlich verletzt. Wo hat er sich das denn geholt? Oh, wir haben hier oben noch. Okay, da kommen wir ja nicht ran, da kann er sich nicht verletzt haben. Vielleicht bei den Bienen? Oder hier? Hier wäre es natürlich schon mal eher möglich, ne? Ja. So. Okay, ein großer Teil der Leitung ist schon gebaut. Aber ein bisschen fehlt doch noch, also müssen wir da noch einen Moment warten. Die ist jetzt hier und wir haben ja jetzt auch schon alles erkundigt. Aber wir können halt jetzt nur auf direktem Weg zurückfliegen. Für was anderes reicht die Reichweite nicht. Aber reicht die Reichweite nicht, ist das Stichwort. Okay, es sind einfach zu viele Aufträge. Gerade wieder. Zu viele Aufträge für zu wenig Duplikanten. Was sagt uns das? Aber ich wollte halt, das habe ich ja schon in einer der letzten Folgen erklärt, gerade nicht viel mehr Duplikanten dazu nehmen, weil das Spiel wird halt auch zunehmend langsamer. Und ja. Was wir aber vielleicht mal durchschauen können, sind die Fertigkeitspunkte. Weil wir haben schon, wenn man hier Farsi zum Beispiel nimmt, der hat ja noch fast nichts. Problem ist, ich weiß bei vielen nicht mehr, was ich mit denen machen wollte. Bei den ersten 15 oder 16 habe ich sie mir glaube ich auch notiert. Aber ich habe jetzt gerade auch meine Liste nicht geöffnet, also muss ich das vertagen. Aber können wir vielleicht in der nächsten Folge machen, dass wir dann da mal zusammen reinschauen. Auch hier das zerlegen. Es sind so viele Aufträge im Moment. Ich muss wahrscheinlich mehr in den Bereich, mehr in die Richtung Automatisierung machen. So wie hier zum Beispiel mit unseren, äh... Ja, das können wir hier auch einmal... ...den automatischen Transport hier oben ergänzen. Die Förderschiene... Huch... ...tun wir mal so, als ob das kein Fehler war. Das können wir schon wieder wegnehmen. Und da müssen wir hier nur noch... ...alles mit an den Strom ran. So... Was liegt hier denn noch rum? Oh, die Sauerstoffmasken. Da haben wir gar kein Ziel für im Moment. Können wir die hier nicht mit reinwerfen? Doch. Können wir... Unsere Leitung ist... ...komplett fertig, oder? Da würde ich jetzt sagen, wir trennen uns erstmal da ab. Dass die hier leer laufen kann. Dann können wir das schon mal verbinden. Dass das jetzt... ...dorthin fließt. So, jetzt können wir auch... ...das verbinden und... Ne, stopp, damit warten wir noch eben. Damit nämlich auch die hier jetzt leer laufen kann. Und theoretisch können wir doch auch... ...den auch gleich trennen. Dann kann nämlich hier wirklich... ...das an beiden Seiten leer laufen. Das hier dürfen wir auch schon wieder anschließen. So, jetzt können wir da anschließen. Ne, können wir noch nicht. Weil die hier muss ja noch leer laufen. Interessant, dass die hier schon leer ist. Was? Warum geht denn das hier jetzt so leer sein? Ach so. Äh... Ne, trotzdem kommt es hier aus beiden Richtungen. Na gut, jetzt soll sie halt eben komplett leer laufen. Ist alles gut. Von hier fließt es jetzt schon wieder dorthin. Was passiert? Was passiert? Ah, ok. Dann können wir es auch so machen. Oh. Oh. jetzt fließt es wieder so das wasser heizt sich hier so ein bisschen auf beziehungsweise der bereiche kühlt sich natürlich ab man könnte sogar überlegen wo haben wir denn hier jetzt eigentlich noch temperaturprobleme bei den batterien aber diese batterien hier die sind ja sowieso überflüssig das ist doch in den kreislauf der da genau die sind hier überflüssig sprich batterien können hier weg und die stromkabel im moment die hamsterräder kann ich ja vielleicht noch mal später benutzen um da das eine oder andere zu skillen aber ich wollte eigentlich gerade überlegen ob ich nicht hier das wasser dann noch mal wieder ein bisschen mehr aufheizt ist aber fast nicht notwendig man sieht jetzt schon hier dass da doch ein bisschen mehr temperatur rein kommt das war nur gerade halt problematisch weil das da so schnell durch geflossen ist aber jetzt wo es sich da zurück staut sollte das vielleicht funktionieren beobachten dass einfach mal kurz 7,9 grad ist relativ stabil jetzt wird es sogar 8 grad da sinkt es jetzt wieder so ein bisschen es muss keine dauerlösung sein wir können auch dann wenn es da probleme wieder noch mal geben sollte immer noch einschreiten das alles auf ernten eingestellt machen wir doch mal hier jetzt ein bisschen mehr tempo dass man nämlich hier beginnen können mit den ersten mit den ersten clips dafür brauchen wir hier auf jeden fall ein lager behälter nicht brauchen ein kühlschrank für die pincher vermisse die türen hier kann man im grunde auch ausnehmen die braucht jetzt da auch niemand mehr jetzt ist eh zu spät dann schicken wir dich gleich auf ist wieder vergessen den schutzanzug anzuziehen darfst du dich gleich erstmal erholen sorry für die umstände der arme medica den hat es auch jetzt nicht das erste mal erwischt kühlschrank brauchen wir hier aussetzer brauchen wir und wir müssen hier noch leitern drunter bauen das hätte ich jetzt fast vergessen was liegt hier rum sedimentgestein dafür müssen wir eigentlich nicht in der pause sein spiel läuft hier flüssig genug trotz der vielen sachen die wir schon gebaut haben das kann weg und an der ersten stelle muss auch keine leitern hier können wir die aufräumaufträge auch rausnehmen weil damit können wir direkt leitern bauen jetzt sorgen wir doch mal wenigstens dafür dass raum 1 fertig wird ich bin mir jetzt gar nicht sicher im moment ob es nicht doch auch ein samen gibt für pincher pfeffermüsse weil ich glaube die nuss die wir zum kochen verbrauchen brauchen wir nicht zum einpflanzen und schaffer versagen da also er ist doch richtig hier ein lager behälter zu bauen habe ich gerade schon wieder vertan aber das ist ja kein großes problem überschuss automatisch einfangen maximal vier tiere und hier neun und hier packen wir mal zehn kilogramm pincher pfeffersamen rein um mal zu schauen wie viel zehn kilogramm sind äh immer natürlich irgendwo pips einfangen am besten wilde eingeengt über füllt mirrisch das sind genau die die wir wollen warum lungen die immer hier alle bei der küche rum das ist mir auch noch ein bisschen rätselhaft muss ich ehrlich sagen hat irgendwas in den mund genommen kann ich das sehen inhalt nichts aber da lag auch glaube ich nichts was er hätte essen können ihr hättet in den kommentaren geschrieben dass das so aussieht als ob die die frostbrötchen essen aber der hat jetzt gerade irgendwas in den mund genommen aber da lag gar nichts also neun so 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 Nehmen wir mal die Reihen jetzt alle ran. Haben wir nicht irgendwo hier einen Lagerbehälter, wo wir auch ganz viele Samen herbringen lassen? Oder ist das inzwischen schon wieder Geschichte? Was ich interessant finde ist, dass der hier angezeigt wird, als ob man da ran könnte. Wie soll das denn funktionieren? Minikan ist wieder fertig. Dann schauen wir uns einmal die Rakete an. Reichweite ist 10 Felder, das passt. Essen ist voll, Tabletten sind voll, Oxylit ist da. Auf gehts, oder? Äh, diesmal würde ich dann nach dort fliegen. So, 6 und 4 sind 10, also ist das 1 pro...oh. Das ging schnell. Dann stelle ich das mal pro Raum auf 12 Kilogramm. Wenn wir hier die ersten gleich haben, dann können wir auch die nächsten Räume weitermachen. Äh, aber wie gesagt, das werde ich nicht, auch wenn ich jetzt damit kurz angefangen bin, äh, werde ich das nicht innerhalb eines Videos weiter fortsetzen. Sondern, äh, das Fertigbauen werde ich da wieder außerhalb der Aufnahme machen. So, wir können das fortsetzen. Die Reihe haben wir, den ersten kann ich da freilassen. Wie schön schnell das geht, ne, wenn die da zu dritt rumwirbeln. Na, jetzt wird es ein bisschen langsamer, weil die auch zwischendurch Ziegel bauen müssen. So, ha, da ist der nächste unterwegs, oder? Ja, perfekt. Wieso verhungert ihr wahrscheinlich auf dem Weg zur Toilette, oder? Kann nämlich eigentlich nicht mehr sein. Boah, wir haben eine Million Beerenmatsch, 300.000 Pfefferbrot, 69.000 Frostbrötchen. Ähm, ich würde wahrscheinlich jetzt auch Knorpelbeere hier mal rausnehmen. Das hier wirklich Frostbrötchen. Ah, jetzt ist er auch mal massiv gesunken, die Anzahl an der Graupelweizen. Aber das finde ich ja gut. Das war ja nicht mehr normal, was da. 1800 oder 1900 hatten wir in der Spitze, glaube ich. Das ist ja auch viel zu viel. So, Mini-Kran ist unterwegs. Ähm, ähm, Thermium. Thermiumproduktion läuft. Da läuft die Wolframid-Geschichte. Da müssen wir überlegen, ob wir... Ah, das stelle ich schon mal wieder auf 99 hoch. Wir haben ja hier noch recht viel. So, müssen wir ein bisschen Thermium wiederum zu Niob machen, damit wir noch mehr Thermium wiederherstellen können. Und für diejenigen, die das jetzt erstmal unlogisch klingt, was ich da gerade rede. Um 100 Kilogramm Thermium herzustellen, brauchen wir 5 Kilogramm Niob und 95 Kilogramm Wolfram. Das knappere Gut bei uns ist eigentlich immer Niob. Ähm, jetzt kommt dafür ein tolles Rezept nämlich rein. Wir können nämlich ja aus Thermium wieder Niob machen. Und dann machen wir aus 100 Kilogramm Thermium 100 Kilogramm Niob. Das heißt, wenn man zu Beginn einmal 5 Kilogramm Niob hat, kann man quasi, solange man Wolfram hat, oder Wolframid, äh, ja, so viel Thermium dann, also Niob und Thermium herstellen, wie man, wie man möchte. Also das ist eine ganz gute Geschichte für diejenigen, die das nicht wussten, dass, ähm, die Ressource, die dann oft das Knappe ist, ist Wolframid, beziehungsweise Wolfram, wobei wir davon hier auch recht viel haben. So, dass ich eigentlich fast sagen würde, stellen wir das hier auch nochmal hoch. Die anderen Sachen hier können wir leider noch nicht herstellen. Da müssen wir mal schauen, wo wir da Sachen vielleicht für abbauen könnten. Äh, machen wir das doch vielleicht mal direkt, ob irgendwo schon eine Quelle dafür gibt, aber da sieht es noch nicht nach aus. Ne, bislang tatsächlich noch nicht. Okay. So, ähm, ja, ich werde jetzt auch mal hier ein bisschen beschleunigen, dass wir da mal weiterkommen, beziehungsweise das hier bauen wir gleich bis oben. Fertig. Ja. Fertig. Das hier war die Rakete mit der Conny, ja, mit der war Conny hierher geflogen. Ich überlege halt, ob ich hier noch mehr Obsidian abhole, weil das ist schon ein Stück weit knapp. Und wir könnten hier den Rest holen. Auch von der anderen Seite könnten wir das auch erst machen, wenn wir es wirklich müssen, ne. Das hier wird übrigens spannend, ne, weil, wenn man sich mal anschaut, ein Job braucht 3.206 oder hat, äh, eine Temperatur von 3.226,9 Grad, wo es da rauskommt. Äh, selbst Obsidian schmilzt bei 2.726,9. Oh ja, also da bin ich noch nicht so richtig schlau, was wir da machen können, was hält, was hat ein Thermium für Temperatur, würde auch schmelzen. Also, was natürlich unser Vorteil, so ein bisschen, Moment, eine Sache fällt mir gerade noch ein, Diamant, wo haben wir hier wahrscheinlich, ne, ja, Diamant, was hat denn das für eine Schmelztemperatur? Okay, Diamant, Wärmetauschplatten würde funktionieren. Da müssten wir ja hergehen, hier eine Wärmetauschplatte machen und Dampf in den Raum. Viel Dampf. Das wird spannend, da freue ich mich drauf. Aber das ist schon mal, äh, ein Ansatz, wie man es machen kann. So, wo waren wir hier? Okay, das setzen wir jetzt langsam fort. Ich packe da auch schon mal die Einstellungen für Pips rein, da können Samen noch rein, dann könnten wir sie nämlich gleich fallen lassen, weil die lassen die, holen die sowieso immer raus, die Pips, das heißt, die können da eh nicht drin bleiben. Drecklet-Eye. Hier wieder keinen Strahlenschlucker, dann nehmen wir die Eier. Für unseren eigentlich überfüllten Raum, ey, weil ich habe hier jetzt den Ziegel rausgenommen, sodass das nicht mehr so ist, dass die Tiere da überfüllt sind. Oh, da sehe ich noch einen Pips, den wir mal einfangen könnten. Den können wir auch hier nutzen. Und wir könnten eigentlich auch die Einstellungen schon nach da hin übertragen, dann werden da auch schon mal welche reingebracht. So, die Lagerbehälter sind alle voll. Soll heißen, wir können hier jetzt die Sachen fallen lassen und das gleiche gilt für den. Eigentlich auch da schon, weil da können die eh noch nichts bauen. Okay, werde ich wie gesagt machen. Ob ich das jetzt schon vor der nächsten Folge mache, weiß ich noch nicht, aber die Chance besteht durchaus. Gut, ansonsten können wir dann überlegen, ob wir mit dem Thermium jetzt schon die nächsten Sachen angehen. Ach, stopp, das hier würde ich noch schnell mal eben machen, weil da habt ihr mir unter anderem geschrieben und habt ihr natürlich recht. Hier in der untersten Reihe müssen das auf jeden Fall keine Radiatorrohre sein, sondern isolierte Ziegel. Und der Rest ist da noch nicht so wirklich passiert. Ja, ne, aber jetzt mal am Ende für heute. Also wie gesagt, Stream wird heute stattfinden, ob der um 12, um 13, um 14 Uhr, also spätestens um 14 Uhr geht es los. Aber möglicherweise vielleicht auch früher und wenn ihr da Bock habt, schaut gerne rein. Ansonsten. Bis morgen zum nächsten Video. Tschüss. 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 .